Hey Black Flame, bist du bereit? Gib den Beat! Herzlich Willkommen meine Damen und meine Herren! Wir befinden uns auf der Episode 8 von Steelband Day. Wir wünschen euch sehr viel Vergnügen mit Black Flame und mit Ronz. Checkt's aus! Ja, Ronz mein Name und ich möchte euch jetzt mal etwas sagen, was ihr unbedingt anschauen müsst. Und da ist folgende Seite. Unsere Facebook-Seite findet ihr unter Topic 1 im Facebook. Weiter muss man natürlich unbedingt anschauen. Auf Topic1.ch. Das sieht nämlich so aus. Hier haben wir jeweils News auf unserer Startseite. Mit dem aktuellen SteelMonday wäre es Episode 6 noch im Moment. Und hier rechts im Monat seht ihr auch SteelMonday alle Episoden. Wenn ihr dort draufklickt findet ihr nämlich auch alle Episoden schön der Reihe noch. Also unbedingt mal Lust checken. Geile Sache. Schaut rein! Yo, wir begrüssen euch recht herzlich im schönen Mondlicht zu SteelMonday. Es ist leider nicht mehr ganz voll Mond. Es ist schon abnehmend, was meine Kollegin hier neben mir leider nicht ganz von sich behaupten kann. Ihr habt hoffentlich schöne Weihnachten gehabt. Auch Topic1 hat für euch noch ein kleines Geschenk dabei. Und wie das aussieht, checkt's aus! Yo, Blackflame ist Ihnen gleich wieder einmal Hammer und Beats am Schraublen. Währenddessen möchte ich euch gerne etwas zeigen. Und zwar etwas, das noch sicher alle kennen. Es sieht nämlich folgendermassen aus. Das sind die schönen weissen Rändchen rund um die Schuhe. Da liegt nicht jemand daran, dass meine Füße so am Schwitzen sind und Schweissränder sind. Es liegt auch nicht daran, dass unsere Strassenarbeiter verliebt sind und darum so viel Salz schütten. Sondern es liegt viel mehr daran, dass es notwendig ist, dass weniger Umfälle passieren auf der Strassen. Und darum passen Sie auf, wenn Sie am Autofahren sind. Weil es wäre ja schade, wenn da so viele Leute draufgehen würden. Weil somit wir viel weniger die potenzielle Käufer für das Radom hätten. Und das wäre ja schade. Also bitte passen Sie auf beim Autofahren. Okay, wir würden noch jemandem gratulieren heute. Und zwar am Gregor. Er hat gewonnen in unserem Wettbewerb, wo wir ausgestrahlt hatten. Die richtige Antwort wäre nämlich gewesen. Zeit zum Abschalten und Let'sche. Oder Galipoli, er hat Let'sche geschrieben, ist auch richtig. Er war der Erste. Gratulieren, Alter. Was kommt hier über? Ganz viele CDs, T-Shirts, Blackflank Topic 1 und sonstige Merchandise. Also, bleibt dran. Es lohnt sich immer einschalten bis still Monday. Peace.